Hallo zusammen! Ich wollte heute Black Friday noch schnell etwas wegen dem Bunzli sagen. Und das war er auch eine schöne Aktion. Vielleicht habe ich es gewisse gestern in der Story von mir gesehen. Er hat 15% Rabatt auf seine Gewürze. Ich denke da halt immer noch etwas voraus. Weihnachten jetzt, darum jetzt zuschlagen. Coole Geschenkidee. Besser als etwas, das man nachher irgendwann in die Ecke stellt. Das kann man brauchen und alle Tage damit arbeiten. Ich sage immer, der Bunzli ist das Gegenteil von der Rovo. Mit der Rovo kannst du es länger, aber nicht besser. Beim Bunzli kannst du es nicht länger, aber besser. Ist auch ganz cool. Für die Leute, die eine Firma haben, als Mitarbeiter geschenkt. Gibt es so wunderbare Duoboxen. Für 23,95 Euro. Geht einmal reinschauen. Schleucht zu. Ich schaue an Bunzli seine Videos. Er ist immer am Lachen. Aber ich habe noch nie mit Schweissperlen gesehen. Darum wäre es cool, wenn ihr jetzt die Bude würdet einrennen. Und das Lager Leerraum. So richtig ins Schwitze kommt. Im Päckchen machen. Päckchen verschicken und dann beim Lager wieder auffüllen. Ich wünsche viel Spass. Geniesst es. Schaut rein. Und einen schönen Tag noch. Und einen schönen Tag noch. Ich habe noch nie mit dir in der Gäste. Du hast ihn schon mal gemacht. Und das ist es, wenn wir vor. Ich habe mal gesagt, dass wir diesen Tag noch nicht mehr schpletsiert werden. Ich habe das nicht mit der Gäste.